Das Exoterra Terrarien Set Wüste ist ein komplett ausgestattetes Starter Set und ideal für alle Neulinge auf dem Gebiet der Terraristik. Durch seine Ausstattung ermöglicht das Starter Set einen einfachen und erfolgreichen Start für das Terrarien-Hobby. Das im Set enthaltene und von Herpetologen konstruierte Vollglasterrarium ist mit zwei nach vorne hin öffnenden Türen ausgestattet. Diese ermöglichen einen leichten Zugang zur Wartung und Fütterung. Durch das Top aus feinmaschigem Edelstahlgewebe an der Oberseite des Terrariums und die einzigartige Frontglasventilation ist eine optimale Durchlüftung gewährleistet. Des Weiteren können die UVB-Strahlen der kompakten Terrarienlampe durch das Top bis tief in das Terrarium gelangen. Auch die im Set enthaltene Kompakt-Top-Abdeckung wurde speziell für das Exoterra-Glas-Terrarium konzipiert. Dieses einfach zu installierende Beleuchtungssystem enthält eine Halterung mit einem Reflektor für die kompakten Exoterra-Reptiglo-Terrarienlampen. Die entsprechenden Lampen richten sich nach der Tierart und sind optional erhältlich. Das natürlich aufsehende Felsenwandmotiv und alle weiteren im Set enthaltenen Dekorationsgegenstände sorgen für das richtige Wüstenambiente im Terrarium. Das Set ist in zwei Größen erhältlich. Es ist ideal für kleine Schlangenarten, Eidechsen und Geckos sowie als kurzfristige Behausung für Jungtiere größerer Arten geeignet. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.exo-terra.com Premium-Service für Ihre Hagenprodukte bekommen Sie unter www.hagenservice.de Eine einzigartige Plattform mit besonderem Service für Ersatzteile bei Garantiefällen oder Reparaturen und vielen anderen Leistungen.